Oh Ups Futter Stahltür Tankklappe, Präpetit, okay. Äh. Wie kann ich denn Fotos machen? Oh. Oh mein Gott. Tür, Stahltür. Okay. Das sind einzelne Statis, erste Hilfe schreiben. So. Einstellungen, Steuerung. Wenn ich Controller, Steuerungssystem, Tastatur aus und Tastatur belegen automatisch. Queretieren, automatisch. So, benutzen, ausbauen, ablegen. Genau, ich wollte jetzt Matt suchen, aber Objektscan ist C, Autoteleportieren, okay. Aber irgendwas war hier ja noch mit Foto. Oder ist das... Nee, ich glaube, ich sollte erstmal die Quest machen. Vielleicht wird dann erst das Foto und Scan freigeschaltet. Einpack-Hilfe. Einpack-Hilfe. Okay. Okay. Äh. Was? Ah, auf der linken Seite habe ich die To-Do-Ris. Okay. Aber ich brauche ein Brecheisen. Okay. Okay. Klebeband und ein Mechaniker-Klett, okay. Glas-Schirm-Fackel-Glas-Schirm. Kann ich auch... Äh. Oh. Okay. Oh. Okay. Verschrotter. So, hol dir die Gegenschar auf der Schicksal-Liste aus der Empferde, dass dahinter verschrottet die Räder. Räder, Platten und Türen des verlassenen Autos. Okay. Okay. Was passiert, wenn wir das komplette Auto dann weghauen? Okay. Wir haben die ganzen Teile. Ah. Wollen wir uns eben noch das Benzin. Okay, damit haben wir erstmal ein bisschen was. Ich gucke mal, ob ich da noch mehr rausholen kann. Okay. Bisschen haben wir noch bekommen. Okay, was machen wir jetzt hier? Ah, das ist die Werkbank. Okay. Also, was wollten wir? Wir wollten eine primitive Tür bauen. Ja, okay. Das wird's greifen. Oh Gott, wird das kompliziert. Was soll ich reprieren? Ah, ich hab... Okay. Reparatur gehört. Okay. 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 So kann man auch ein Spiel darstellen und sagen. Okay. Okay. Wir reprieren Sachen. Okay. 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 Oh, jetzt kann ich scannen. Was ist das? Was ist das? Was passiert, wenn ich jetzt... Kann ich hier noch was... Okay... Kein Scans hier... Was ist das? Warum hab ich da jetzt ein Pappkantons hingebaut? Werkmatte... Ah... Auto ist leer? Ja... Äh... Ich meine Batterie ist... Nee... Radio ist auch so... Genau... Fahrertür haben wir... Heckfurtür... Ja... Auf jeden Fall... Auf die Beifahrerseite... Das ist die Beifahrer... Das ist die Beifahrer... Das ist die Beifahrer... Das ist die Nordstar... Und die einzige Weg zurück zur Sicherheit... Das ist die Beifahrer... Heck... Du solltest es die Vater, Son und Heilig Spirit... Wenn du planst auf sein Leben... Das ist wie wichtig... Das wird dir sein... Ja... Das ist meine sehr eigene Invention... Ich werde dir mehr darüber erzählen... Wenn du lange genug bist... Okay... Was ist das? Das hat... Gott... Den machen wir auch mal eben sauber und dann gucken wir mal... Okay... Batterie laden... Okay... Ich wollte aber mal eben gucken... Baupläne... Pulshammer... Ähm... Ich würde mich nicht nur sagen... Plattabdichtigkeit, lockeres Rad. Ah, mit einer Fertigungsmaschine herstellbar. Okay. Abdichtigkeit. Ich brauche noch einmal Klebeband. Fände ich das hier noch irgendwo? Dann können wir den Reifen zumindest das vielleicht mitnehmen. Hm. Okay. Nö, gibt es nichts zu finden. Okay, schade. Okay, was ist das? Ja, ich glaube, wir müssen erstmal mit der Mission ein bisschen fortschreiten, um dann neue Sachen zu finden. Das ist die Zone. Okay. 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 Ist das Real-Time? Okay. Also, ich denke mal, dass wir jetzt erstmal einfach... Also, ich denke mal, wir müssen der Route hier folgen zu diesem Ziel. Dann Teile zusammenbauen. Dann Teile zusammenbauen und dann... Ja. Wähle einziehen. Und dann geht's weiter. Okay. Also, wir haben das Auto repariert. Vielen... Viele stabile... Okay. Stabil... Und... Okay. Ach, verdammt! Was? Okay. Hier sehe ich... Ja, uns fehlt eine Kofferraumklappe. Und da ist offensichtlich unser Ziel, wo wir hin müssen. Okay. Okay. Au. So. Okay, wir können dann automatisch fahren anscheinend, oder... Wie läuft das? Also, ich werde jetzt mal... Rücken und... Wir kommen in den Ladebildschirm. Okay. Also... Fährt er automatisch, nehme ich an. Dann kommen wir irgendwo an und... Und... Okay, Newbie. I'll keep this simple. I want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. Oh, cool. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark towel. But that's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Okay. Also, die Sachen sind immer mit Plasma-Generatoren versehen und... Okay. Dann gucken wir jetzt erstmal hier, würde ich sagen. Okay, ich soll Ersatzteile herstellen. Okay. Okay. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Okay, Izzel. Die Sachen können wir echt nicht aufheben. Nur zerstören und dann kriegen wir die Ersatzteile dafür. Okay. Okay. Das ist ein komisches System, aber naja. Okay. So, ich will dann jetzt mal gucken. Okay. Also, flanschen wir das hier vorne ran. Okay. Und jetzt brauchen wir noch hinten rechts. Gut, dass du das sagst. Ich. So. Kann ich den irgendwie... So. Kann ich den irgendwie... Mit diesem unersetzlichen... Kann es wirklich jeder... Okay. V. Kann ich das irgendwie aufladen? Okay. Warte mal. Vier. Äh. Eins. Okay, da kann ich nichts machen. Äh. Äh. Hm. Sollte ich die zerstören oder sollte ich die lieber nicht zerstören? Oh. Oh. Anstaubsauger. Okay. Wie. Sollte ich die zerstören. Ähm. Also muss ich hier verwerden. Buh. Wie ich mit den Rest. Oke. Sollte ich die zerstören? Okay, I need to have three there. So, das können wir hier mitnehmen. Okay, der ist größer. Kann man sowas verarbeiten? Okay, Labor-Computer. Okay, das war's dann jetzt. Können wir ne Taschenlampe anmachen? Okay. Okay. Was zur Hölle ist das? Okay. Das ist nice. Ähm. Kann ich hier drauf zugreifen? Pappkartons, E. Ah, guck mal einer an. Recht ist. Das würde ich jetzt einmal ausprobieren. Okay. Okay. okay erst mal hier einfach rein gibt es eine tasche oh oh Oh. Oh. Was ist das? Ist das Glühbirnkirchen? Kannst du nicht? Ich bin ein bisschen beschäftigt, versuchen sie zu leben. Ich werde es zu den Basiken, ich versuche. Sie müssen wissen, was sie sind. Okay. Ich gebe dir 60 Sekunden. Das ist nicht fast genug Zeit. 55 Sekunden und spüren. Okay, okay, okay. Die Remenanten, in kurz, sind sie alten Objekte, die tun all sorts of weirde Dinge. Sie sich mit ihnen zu Menschen, und du bist die letzte Vigte. Du und der Auto sind jetzt inseparablen, also getrennt. Once die Remenanten sind zu jemanden, sie werden plötzlich immer mehr beschäftigt mit ihnen. Es nimmt die Vigte, bis sie sich verrückte, bis sie in die Zone zu gehen. Keine Ahnung, niemals haben sie zufrieden, die Sirene-Koll. Diese Fixation wird wahrscheinlich in deinem Gehirn als wir sprechen. Das ist die erste Mal, dass wir uns die Hände haben. Aber wir wissen alles über die Pasten, und, oh Gott, diese eine Zeit, es materialisiert, als ein altes Kettel und die Tee, die rauskam, es war... Und jetzt, ich spiele die Transmission und die Vigte. Es geht nicht nach Ihrer Reziger. Alles kritische zur Zeit, wird es direkt und immeidiert zu dem Radio und Headset. Alles nicht mission-critical wird an eine LOW-Priority-Frequenz. Die Transmission werden und inzüglichen für Sie zu hören, und die LOW-Priority- Sie ja übrigens alles aus dem Tobias' Mouth. Oh Gott. Wow. Okay, der kann in die Luft fliegen. Ups. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da ist Strahlung. Da gehen wir mal lieber nicht hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Klappe bauen. Stoßdange. Bauen wir noch ne Stoß? Äh, ne Leuchte. Oh Gott. Oh Gott. Er braucht Plastik. Oh Gott. Shhh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann fangen wir da hin. Gucken wir mal, ob wir da weitere Antennen finden. Was zum Gabelstapler ist das? Okay, wir fangen mal lieber weiter. Safety first. Oh, guck mal, hier stehen überall diese Plasma. Da klauen wir uns doch mal gleich was. Okay, da gucken wir gleich einmal nach. Ich bin der Meinung, der nimmt sich alles aus dem Karton. Oh Gott. Dann raus und ich habe kein Plastik mehr, aber das können wir ja eben checken. Einen habe ich. Also der nimmt wirklich die Sachen aus dem Karton mit raus, wenn ich baue. Oh fuck. Oh Gott. Da habe ich dann doch zu. Cool. Oh Gott. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017